aber naja hier im spiel schon aber den will ich unbedingt gerne haben aber ja mal sehen wann wir uns den holen und ja jetzt geht es erstmal rum wir müssen erstmal hier weiter gucken hier können wir unsere vorteile holen wir haben glaube einen vorteilpunkt zu bekommen am anfang gesehen mal verteilen das ist so unterschiedlich okay punkt dann wir haben ein vorteilpunkt